Bei Austria zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass wir nichts holen können. Das war auch der Grund, warum ich es dann selbst mitgemacht habe. Weil ich gesagt habe, wen soll ich denn jetzt herholen? Bei mir habe ich gewusst, ich habe noch ein Jahr einen Vertrag, dann mache ich den Sportdirektor und mache den Trainer gleich mit, diese Saison, weil es für alle anderen total schwierig ist. Hast du aber nicht doppeltes Gehalt gekriegt, das will ich? Nein, 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 habe ich verpasst. Das, was du sagst, habe ich verpasst.